Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Willkommen zurück. Ja, dann wollen wir mal gucken. Äh, Leichenhalter. Ja, dann mal reingucken. Oh, oh. Ups. Two out of the six shells have been fired. There were two shots. Aber es muss nicht sein. Hmm, so wollen wir mal sein. Ja, dann mal reingucken. Okay. Hallo, warum? Da lang, genau. Hä, warum zeigt er mir noch weh an? Hier ist doch gar nichts mehr. Oh, der ist echt schon erwachsen. Ja, das ist doch gar nicht. Good evening, Mr Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr Holmes. I'll tell you everything. He's got a big nose in his face. Oh. 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 Wait a minute. Is he in the house like the other? Good. Tell me your account of what happened. Hmm. I left my work, and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through half Moon street. I saw the first fireworks light up in the sky. Ich schaute in eine Constabelle auf der Körner, bevor ich in der Half Moon kam. Dann, mit all der Feuerwerk flair, ich sah zwei Männer. Sie waren beide flaten, in der Mitte der Straße. Ich warst, wo ich war. Ich dachte, um die Polizei zurück zu zurück, aber als ich dachte, ich sah eine Third Person. Er war über die Körper, die mich aus der Ferse von mir war. Die Second, ich sah ihn, er warst, und er sah mich. In a flash, ich sah ihn, aber er machte ein Dach für ihn, und er escaped durch Whitechapel Street. So, du hast noch Zeit, um zu zurück zu der Constabelle. Ich panik, ich weiß nicht, was zu tun. Ich kam, die Böden, um sich zu sehen, ob sie noch alive waren. Ich sah, dass eine eine Blut aus dem Blüten, die in der Stomache war. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Die Seconden war bereits tot, in der Hohlen. Er war holding ein Schleuch in seinem Hand, noch. Ich habe ihn, und dann folgte einen dritten Mann. Interesting. Frey, continue. Ich schaufe ein, und ich sah einen Mann, in der Mitte der Straße. Er war in einem gewaltigen Pannik. Und dann, Herr Rahm, etwas strange passiert. Ich habe die Polizei gesagt, und sie liefst, was ich gesagt habe, aber ich sage Ihnen, meine Worte sind wahr. Ich habe angefangen zu gehen, aber dann bin ich blinded von einem flash. Es war so brillant, dass ich nichts gesehen habe für ein paar Sekunden. Aber ich durfte nach vorne gehen. Als ich in Whitechapel kam, ich hörte eine Frau scream. Und dann war ich bei der Polizei. Aber es gab keine Trace von dem Mann. Natürlich, dann haben sie eine Runde gefunden und all das Blut. Ich konnte nicht sehen, dass die Mörder escapat und all das Schrauben. Vielleicht war ich noch nicht so, dass ich mich noch nicht so glücklich war. Ein tolles Zeichen, mein junger Mann. Leighton, kannst du den Person, den du gesehen hast, in Half Moon Street? Ich konnte nicht sehen, dass seine Gesichter ist. Es war zu schmerz. Und er war zu weit entfernt. Ich konnte seine Silhouette sehen. Und was ist das? Nichts so speziell. Er war eine Kette. Er war ziemlich average in his size and his weight. Ich sehe. Was there anything else that struck you at the time? Nein. Aber vielleicht... Es ist strange, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er seine Fortschritte als er war. Vielleicht es war der Feuerwehr, oder... Oder der Überraschung wir sehen uns. Leighton, ich confess, ich bin puzzelig. Warum sollte ein junger Mann wie du nehmen, aus einem Mann aus dem Händen und set auf in der Pursuhe von einem Kilo? Ich weiß nicht. Ich verstehe. Aber es war eine Fortschritte. Es war ein Reflex. Ein kriterien sollt zu sein, und er war armiert. You were willing to risk your life That was a little foolish Unless you wanted revenge No, Mr. Holmes I was just being brave and stupid I'm sure that you were But I believe that you may have recognised one of the victims Brian Vercotti You knew that gentleman well, did you not? How ever could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti You came to know him from your sharing a past prison sentence Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God You were right, Mr. Holmes Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery Once in prison, both of us joined one of these fraternities During that year we tried to help each other out, you know You were quite young then, I believe Yes, Mr. Holmes, we were We'd only stolen a pound of me After we were released and when I saw what my little brother had become I decided to work towards living an honest life And Vercotti? He had a hard time His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison He had no family anymore Our paths split He fell back into crime So you lost him? Yes And for around two years, I heard no news of him at all We shall see you soon, young man We shall see you soon 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 Ging aber schnell. Hä? Ne. Wir bleiben hier dabei. Wir bleiben dabei. Ähm. Genau. Und einmal. wir müssen unbedingt wissen woher ein Stück Holz stammt was kommt jetzt was Oh, 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 oh. Eh. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Ähm, das da. This should be useful. Da haben wir es doch schon. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Da unten. Da unten. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Oh, well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. Oh, well, we could have missed each other somehow. Do you understand what I mean? It was a bit of a stressful moment to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Uh, not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Now that I'm all out. Mr. Turner appears to live very modestly. Oh, God. What does this look like? The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Mm-hmm. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones and he did not mention that he was so near to the victims. Zetsam, zetsam. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. This kitchen knife is quite sharp. This kitchen knife is quite sharp. This kitchen knife was used to cut the paper. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. The kids were just fl shaken. There are pieces filled with them Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots Na dann. Brian Verkotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly and Leighton Chapman standing over them. No, it didn't happen this way. Okay. Nine. No, it didn't happen this way. No, it didn't happen this way. Let's see if there is something else. Let's see what it is. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Äh. Eins. Zwei. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Ich bin schon mal gespannt. Oh Gott, ich sehe gerade das Folge schon extrem lang ist. Ob das so stimmt, erfahren wir in der nächsten Folge, dann bleibt es entspannt, genießt den Tag und bye bye.